Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim, noch einmal in Vertretung für den Martin. Und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 15. Februar. Heute dabei Microsoft HoloLens, Apple HomePod, Snapchat Insights, US-Geheimdienste, Facebook Spionage und Facebook Hardware. Beginnen tun wir mit der Hardware von Microsoft, und zwar der HoloLens. Die kostet in der Commercial Suite Edition für Unternehmen stolze 5.000 US-Dollar und anscheinend wollen viele Firmen das Geld nicht bezahlen. Zumindest nicht, ohne das Ding getestet zu haben. Und deswegen arbeitet Microsoft jetzt mit der Firma Abcom Rants zusammen und bietet die HoloLens zur Miete an. Also man kann sich die mieten und entweder dauerhaft oder aber dann daraufhin basierend die Entscheidung treffen, diese zu kaufen. Gleichzeitig haben sie gesagt, dass die HoloLens jetzt auch in Singapur und in den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar ist. Das Mietprogramm ist natürlich erstmal wieder nur in Nordamerika, aber soll wohl auch weltweit ausgebaut werden. Rüber zu Apple und dem HomePod. Da sind ja jetzt die ersten HomePods ausgeliefert worden. Viele Leute haben einen bekommen. Diverse Leute haben auch mittlerweile in Deutschland einen über England bekommen. Offiziell warten wir ja noch auf das Frühjahr. Aber was jetzt rauskam, ist neben den ganzen Testberichten, die ja durchaus einen beeindruckenden Sound belegen, dass das Teil ja ein Problem hat. Denn es hinterlässt Abdrücke auf Holzoberflächen. Sprich, wenn man sein HomePod dahingestellt hat, dann gibt es irgendeine Problematik durch das Silikon unter dem HomePod. Und auf Holzoberflächen sieht man dann einen Ring, wo der HomePod gestanden hat. Apple hat das mittlerweile auch zugegeben, hat auch entsprechend die Support-Seiten angepasst und sagt, ja, man kann ja dann halt einfach da das Holz wieder wienern und wachsen und dann hätte sie sich das erledigt. Tja, nicht so toll und die Kollegen von iPhone empfehlen dafür dann auch einen Untersetzer für den HomePod. Ich persönlich sehe da schon eine große Chance für die Zubehörindustrie. Ja, nächstes Thema Snapchat. Chat, die haben ja mit ihrem Redesign, ja, alles andere als ein Volltreffer gelandet. Aber anscheinend müssen wir weiterhin damit leben. Und das Redesign betrifft natürlich auch die Influencer und die, ja, confirmten Accounts, die es so gibt. Obwohl die größtenteils vielleicht sogar noch den Vorteil haben, dass sie mit ihren Storys in den Discover-Bereich reingerutscht sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Für diese Personen, also für die Influencer und die geprüften Accounts, gibt es jetzt endlich Statistiken. Die Snapchat Insights. Dort kann man nun sehen, ja, woher kommen meine Fans, die mir, die sich mein Story angucken, wie alt sind die, wie oft gucken die. Und ja, so einiges an Informationen wird den Leuten jetzt bereitgestellt. Danach haben sie schon länger gefragt. Und das ist natürlich wichtig, wenn man halt auch als Influencer, ja, seine Reichweite verkaufen möchte. Dann muss man natürlich auch belegen, wo die ist. Das ist auf jeden Fall da und vielleicht bekommen das ja auch noch normale Nutzer irgendwann. Was, ja, normale Nutzer theoretisch bekommen können, wenn sie sich Mühe geben, aber nicht mehr über einen US-Carrier, also eine US-Telefongesellschaft. Das sind Geräte von Huawei und auch ZTE. Denn beide stehen auf einer Liste der US-Geheimdienste, dass diese beiden Hersteller von Smartphones, ja, gefährlich sein könnten und US-Bürger ausspionieren. Das hat zumindest FBI, CIA und NSA gesagt. Und es wurde halt auch am Donnerstag nochmal in einer Anhörung bestätigt. Und zwar hat dort der FBI-Direktor Chris Ray nochmal gesagt, dass sie mit diesen Firmen, ja, große Bedenken haben. Und ja, daher hat unter anderem letztens auch AT&T sich davon verabschiedet, Huawei als Flagshift-Telefon mit aufzunehmen. Huawei hat natürlich jetzt auch wieder erneut gegengerudert, hat ein Statement rausgegeben, dass sie ja in über 170 anderen Ländern keine Probleme haben und ihnen dort auch das Government vertraut und sie auch in China und in Europa bei den großen Carriern dabei sind. Ja, aber nichtsdestotrotz. Die US-Geheimdienste sind der andere Meinung. Und Huawei und ZTE haben damit zu kämpfen. Aber wenn wir schon beim Thema Spionage sind, dann haben wir sogar, ja, Hausgemacht in den USA auch nochmal so einen kleinen Fall. Und das ist nämlich Facebook. Denn seit kurzem gibt es in der iOS-App von Facebook einen neuen Menü-Eintrag und der heißt Protect. Wenn man da draufklickt, dann kommt man direkt in den App-Store von Apple logischerweise zur App Onavo Protect. Das ist ein kostenloser VPN-Dienst. Den hat, also nicht den, sondern die Firma hat Facebook vor kurzem gekauft. Und ja, generell ist VPN natürlich eine gute Sache. Damit schützt man seine Daten. Man macht einen Tunnel, durch die die Daten übertragen werden. Die können dann nicht abgehört werden. Allerdings kam wohl auch raus, dass Onavo Protect die Daten auswertet und Facebook praktisch damit noch mehr über die Nutzer weiß. Und das war schon 2017 im August vom Wall Street Journal aufgedeckt worden. Tja, und jetzt mittlerweile ist es sogar ein Menüpunkt. Tja, nicht so schön. Also von daher aufgepasst. Und vielleicht benutzt ihr dann einfach einen anderen VPN-Client für iOS. Gibt ja mehr als genug. Wenn wir aber schon bei Facebook sind, keine überraschenden Neuigkeiten, aber mittlerweile sehr belegbare Neuigkeiten, also belegbare Gerüchte aufgrund der Entwicklungskette in China auch. Das ist der Fakt, dass Apple, ach nicht Apple, was sag ich schon, Facebook entsprechend auch einen Smart Speaker herausbringen wird und damit gegen Apple, den HomePod und Amazon und die Echo-Geräte und natürlich auch Google und die Google Home-Geräte antreten möchte. Es gibt Infos, dass zwei Smart Speaker sogar rauskommen sollen. Die haben die Codenamen Fiona und Aloha. Und sie sollen ein 15 Zoll Touchscreen haben und konkurrieren damit wohl relativ eindeutig mit dem Amazon Echo Show. Also das größte Gerät mit dem Display. Und ja, Facebook hat auch Musiklizenzkontakt mit Sony und Universal. Also kann man da Musik drauf abspielen. Logischerweise wird natürlich auch Facebook-Video drauflaufen. Und man muss dann gespannt sein. Ich glaube nicht, dass YouTube drauflaufen wird. Naja, warten wir es ab. Im Juli soll es soweit sein. Und dann wissen wir wohl auch, in welcher Preisregion die Geräte mitspielen und ob es dann eher gegen den HomePod geht oder gegen die Echo-Geräte. Ich vermute eher Letzteres. Ja, und das war es dann auch für heute. Ich wünsche euch einen tollen Donnerstag. Habt einen schönen Tag auf der Arbeit oder in der Schule. Und ich hoffe, ihr hört morgen den Martin wieder. Und wir hören uns dann am Montag. Dazwischen ist noch ein tolles Wochenende. Da wünsche ich euch auch schon mal ein schönes. Und ja, bis denn. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.